so und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Great Elf ihr habt nichts verpasst ich habe einfach Pause gedrückt damit ihr nicht verpasst ich habe halt nur gespeichert und dann kommt das direkt und für Windor large numbers of their troops remain deployed on the high roads leading to Grailside in Verona so they could easily stage another attack however the fendolians have shown recent signs of activity as well we've deployed a squad to the fendol border and are increasing our surveillance if they plant something we won't be caught off guard oh and lieutenant what was that light that appeared during the last battle you need not include those details in your report might I ask why it could be a new weapon developed by the enemy official reports are no place for guesswork and speculation very well but we still have to consider the Krius issue our higher-ups are demanding that we increase production in the Krius mines and yet nothing has been done we lack the manpower to do it ourselves and I will not force the people of Launt into hard labor we are not here as a conquering force we are their allies I suppose that's one way of putting it however you appear to be prioritizing the local people over the orders of our superiors you only think that because you still see me as a wayward orphan from Launt but isn't that precisely what you are I am a soldier of strata I cast aside my homeland seven long years ago or rather they cast me aside me no 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 oh man i don't think we can get any closer it doesn't look like they're crossing the border they're probably worried about strata Was werden Sie jetzt tun, Asbel? Nur was ich kann, denke ich. Ich muss sich garantieren, dass WANT nicht in eine andere Behandlung ist. Und dann gibt es Sophie. Sie hat sie seit sieben Jahren sterben. Sie hat sie, um uns zu retten. Sie hat uns zu retten. Aber jetzt ist sie zurück, und nicht ein Jahr später. Ich kann es nicht verstehen, aber ich werde sicher, dass wir sie wieder nicht verlieren. Ja, und wir werden totalen helfen, richtig, Herr Kapitän? Natürlich. Danke. Danke. Na gut, wir kamen, um die Fendelian Armee zu untersuchen, und wir haben das gemacht. Wir gehen zurück in die Stadt. Entstanden. Komm schon, Sophie. Es ist Zeit, zu gehen. Können wir die Meadow? Komm schon, Pascal und ich werden Sie in der Stadt treffen. Okay. Los geht's, Sophie. Okay. Gibt die Plauderei? Ich will Plauderei! Oh, Ruhe. Entdeckt. Spuren der Kriege. Okay. Und dann gibt's hier keine Plauderei. Entdeckung, aber keine Plauderei. Geil. Was das soll? Oh, habe ich die Plauderei verschlammt? Vergessen. Ach, was soll's. Ne Melone. Wassermelone. Ja, die kann man sich jetzt aufziehen. Hallo, Bärchen. Achtung! 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 Okay. Wir werden nicht verlieren. Wow. Gab das viele Erfahrungpunkte. Plasma-Schock erlernt. Hm. Aus Plasma-Schock. Uh. Die würde ich gern mal einsetzen. Ich werde auch schaffen, die einzusetzen. Irgendwann. Welchen Level bin ich? 40. Ja. 2 Level abbekommen durch Wirtschaftskampf. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay. 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 Was sag ich hier? Was? Was der Name? Was ist mein Motto? Moment mal? etwas! Was ist mein Motto? Was ist dein Motto? Komm! Was ist mein Motto? Womm, komm! Nein! Was ist mein Motto? Wann, komm! Was ist mein Motto? rechts aber das was war cool er hat die grüße hat echt Spaß gemacht durch da auf jeden malen Gegner sind wir auch einfach zu stark der Kredite wird sich mit dem Wunder vom Level her dann wäre ich zu stark dafür spiele ich ja auch oft böse durch damit habe ich es vor ich hoffe ich habe es auch denn ich weiß noch was auf mich zukommt von daher weiß ich das noch schwer wird das ist eine gute Frage okay was I doing thinking about it worries me maybe I can't remember because it's something I shouldn't remember yeah but you don't know for sure that your past was bad true besides what happened in the past isn't important all that matters is right now right now wird mich hat er recht let's go home I don't want people to worry okay mal gucken passiert was wenn wir hierhin gehen plaudereien oder sowas wegen dem Freundschaftspakt nö schade und los hier lot Paulo BR so versprach auch beschwacht seither nur vom hoffen Weg Viva Die müssen einfach mehr weglaufen, denn ich bin Böse. Ganz böse. Spinne. Keine Morderei, schade. Ich mag Mordereien. Also nach diesem Part hier werde ich das neue Projekt starten. Also aufnehmen. Weiche damit. Schonmal für nächste Woche die ersten beiden Folgen. Für jeden Fall. Was? Asbel. Was kann ich tun, um zu helfen? Nichts. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir würden uns füllen, um jemanden zu verabschieden, während unserer Zeit der größte Werte. Wenn Hilfe notwendig ist, Hubert sicher wird es nicht sicher. Es ist nicht so wichtig. Bayley versteht nicht. Er spricht wahrscheinlich über meine Entscheidung, um die Akademie zu sein. Und er ist richtig. Ich bin seit sieben Jahren weggekehrt. Ich habe mich verletzt, und nur über mich selbst. Vielleicht sollte ich nur lange bleiben, um gut zu sein. Du bist wieder weggekehrt? Ich habe gehört, dass Hubert auch wieder weggekehrt könnte. Was bist du? Ich habe einen von den Soldaten gehört. Wahrscheinlich, Strata ist mit der Weise, dass Hubert hier passiert. Ich glaube, sie werden ihn erinnern. Erinnern ihn? Was wird Hubert damit machen? Ich... ich weiß nicht. Wenn Hubert weggekehrt, was wird mit Lant passieren? Ich muss nach meinem Bruder sehen. Asbel, werden wir alle wieder separiert werden? Nein, ich kann das nicht passieren lassen. Für die, die es wissen wollen, das Netzwerk ist halt... Die bieten halt an, ein... Ich gebe mal die Chance, Partner zu werden. Doch... Dafür gibt es halt ein paar Voraussetzungen. Ich werde es aber auch, kann ich euch mal sagen, nicht machen. Denn dann müsste ich mein Stil verändern. Das heißt, ich durfte keine Gegner mehr beleidigen. Und ich durfte dich aufregen. Ja... Und ich würde... Dann vielleicht bekannter werden. Und ich würde... Durch dieses Netzwerk... Also mehr Benente bekommen und mehr Rechte bekommen. Und könnte Geld verdienen dadurch. Aber ich werde es nicht machen, da ich mein Stil verändern müsste. Und ich mache es eigentlich mehr... Mehr aus dem Spaß raus her... Anstatt mit... Anstatt um Geld zu verdienen. Weil sonst verpflichte ich mich ja dazu... Verpflichte ich mich... Mich quasi dazu... Videos zu machen, das ist... Nee... Und das wird der Druck, das mache ich nicht. Uwe geht zu... Zurückwort hat... Ich gehe nur mit ihm... Wir sollten... Hingehen und nach... Schauen was los ist. Auf jeden Fall, ne... Ich werde es nicht machen, denn... Es ist kacke. Nein, es ist nicht kacke, aber... Überleg mal... Ich möchte meinen kompletten Style verändern. Ich durfte... Ich musste mich zurückhalten, wenn ich mich aufrege... Oder aggressiv bin dann mal... Und ich gehe knabbeleiden... Wollen die ja nicht. Und das passt halt einfach nicht zu mir, ne... Deswegen werde ich das definitiv nicht machen. Wie schon sagte... Ich will... Ich will ja auch... Das auch einen Spaß... Halber machen... Du wolltest mich sehen... Ich bin gerade ziemlich beschäftigt... Also... Mach es bitte kurz... Hubert... Ich weiß... Wie wütend... Du auf deinen Vater und mich sein musst... Ich bin nicht wütend... Nur... Sag ich euch... Bei... Dank euch beiden... Konnte... Konnte ich meinen... Die Situation gelang... Was ist da... Was ist da... Was ist da mit Espel? Kannst du nicht einen Weg finden... Um... Auch ihm zu vergeben? Er hat keine Ahnung... Dass du... Nach Strata... Geschickt wolltest... Um ein... Ausfeld zu werden... Er war außer sich... Als er... Es erfahren hat... Sieben Jahre sind vergangen... Und nichts hat sich geändert... Ihr habt ihn... Mir immer vorgezogen... Weil er der erstgeborene Sohn ist... Nein, Hubert... Ich habe mein Bestes gegeben... Um euch gleichwertig aufzuziehen... Gleichwertig? Dann habt ihr... Wohl lange... Und... Ernsthaft diskutiert... Als es darum ging... Meine... Einen von uns... Wechsel schicken... Nehm ich an... Ich sehe genau... Vor mir... Wie ihr lange... Gequerte Nächte darüber... Gegrübt hat... Welchen Sohn... Ihr opfern solltet... Nein, Mutter... Die Faxen sind simpel... Ich war der... Entheb... Entbehrlicher... Ich war... Entbehrlicher... Es bin ich... Hubert... Bitte... Dein Vater und ich... Haben es für dich getan... Der Grund... Aus dem er dich... Vorgeschickt hat ist... Dieses Gespräch führt zu nichts... Du Hubert... Warte... Beheilige mich nicht wieder mit solche... Angelegenheiten... Wow... Wie nett... Das sind halt so kleine Punkte... Die halt auch bisschen... Interessant halt sind... Interessant halt sind... Nichts mehr... Schade... Hubert... Hm... Schabe ich die Part... Schabe ich das noch... Das Gespräch... Ich speichere das mal... Falls ich die nicht mehr schaffen wollte... Ähm... Gibt's neue Anfragen eigentlich? Tatsache... Scheiße... Wegen mir eins... Ah... Hinterdreckig kriegen wir auch noch genug glaube ich... Höh... Hubert... Is it true you've been recalled to Strata? Who told you that? Anyway... Yes... I've been recalled... The order was signed by the president... So I don't have a lot of wiggle room... I guess Strata's not happy with how things are going... What does that mean for your return there? I'll likely be stripped of my title and never set foot here again... Did you go against their plans for launch sake? It's foolish to sacrifice future stability for immediate profits... Even a common soldier such as myself can see that... I... I want you to stay... You've meant a great deal to want... I can see that clearly enough... You have the ability to think ahead... And guide our people to a more prosperous future... I don't have the talent for that kind of thing... You're the only one who can protect Lant now... Hubert... Please... Surprising words coming from the Lord of Lant... Even if in name only... You don't mind your lands being ruled by a stranger? You're not a stranger... You're my brother... What? I believe you will always act in the best interests of Lant... So all I can do now is help you... If only there was more time... What would you do with more time? I can't solve all of Lant's problems... But I could fix quite a few... At the very least... I'd like to strengthen our defenses... And make plans for an orderly transition of power... Then I'll go to Strata instead... I'll tell them how much you mean to both countries... I don't know if I can stop your recall... But I should be able to buy some time... Do you realize what you're saying? There will be no way to guarantee your safety... If it helps you... I'm willing to risk it... Why are you doing this? Because it's a way for me to protect Lant... I'll write a letter to the President... Bring it to the Presidential Palace... In the capital city of Uliberte... So you're accepting my proposal? And be careful around Mr. Oswell... Don't ask for his help... No matter what... Isn't he your adopted father? He is, first and foremost... A businessman with considerable influence... In Strata in politics... The plan to station troops here... Was almost entirely his idea... I see... You're in a tough position, Hubert... And yet you're still doing your best for Lant... Thank you... Alright, get going... That letter won't deliver itself... Okay... I'm off... We still control the port that lets you access Strata's mainland... You can get there through the Westgate... Soé... Das ist Nix... Und .... Es geht zum nächsten Mal... gemerkt! Pzz... Damit fanned... Okay, das war für heute... Let's This Play... Es geht tatsächlich mal weiter... Und dann versungen wir die Brieftür bringen... Bis dann! Und tschüss.